Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 8. April Kommt her und seht die Städte, da der Herr gelegen hat. Matthäus 28, Vers 6 Ja, kommt her in den Garten des reichen Josef von Arimathea. Der war sicher wundervoll gepflegt, und doch, es war ein öder Platz. Denn hier fand sich nur noch das leere Grab Jesu. Er selbst war nicht mehr da. Alle Schönheit der Welt lässt unsere Seelen leer, solange Jesus nicht da ist. Da war also das leere Felsgrab, und in ihm lagen die Grabtücher Jesu. Welch wertvolle, wunderbare Reliquien! Warum haben die Jünger diese Städte nicht an sich genommen? Weil den Seelen nicht geholfen ist mit Reliquien und Erinnerungen an Jesus. Ihn selbst braucht das Herz. Es gab viel zu sehen bei dem leeren Grab Jesu. Wir würden sagen, da war was los. Verwirrte Soldaten rennen umher. Jesus' Jünger kommen in einen Wettlauf herbei. Frauen lassen ihre Salbentöpfe stehen und laufen erschrocken weg. Enkel treten auf und sprechen mit Menschen. Ja, da war etwas los. Aber es war ein öder Platz. Denn er selbst, Jesus, war nicht da. So ist es. Alle Sensationen lassen uns leer, weil Jesus nicht dabei ist. Es war sogar viel die Rede von Jesus vor dem Felsgrab. Die Frauen, die Jünger, die Engel sprachen von ihm. Und doch, er selbst war nicht da. Man kann erschrecken bei dem Gedanken, dass in unseren Gottesdiensten von Jesus geredet wird. Und doch kann es geschehen, dass er selbst nicht dabei ist. Dann bleiben alle Worte leer und die hungrigen Seelen bleiben hungrig. Schließlich kam vielleicht auch eine gelehrte Kommission, um das Grab zu untersuchen. Aber Jesus war nicht da. Alle Vernunft greift ins Leere, solange er selbst sich uns nicht offenbart. Herr, dich selbst suchen wir. Dich selbst brauchen wir. Komm zu uns. Amen. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Jesus Christus segne dich. Amen. 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 т yourselfと思います. Amen. прекрас. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020